Hallo und herzlich willkommen zu Mushi's Kitchen. Na, könnt ihr, könnt ihr Küche, ne? Es geht hier um diesen wunderschönen Dings. Wir sind Chef in einem, ja, Café, Restaurant. Das müssen wir gleich mal gucken. Eins von beiden wird es schon sein. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. There we go, the kitchen is all cleaned up and we can finally go home. I should speak to Mitch before he leaves. Afterwards I speak to Veronica in her office. Okay, das ist... Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Nein, ist es nicht. Okay. Veronica's Office. Hallo. Veronica. Veronica. Oh, wir haben... Okay, wir haben ein komisches Charaktermodell. A Dining Area. Mushi's Room. Janitor. Steve. Hallo. Hey, Todd. Hey, Todd. Ganz heute nicht in den Workshop gehen, ne? Ey, ich hab ein neues Maskottchen in der Arbeit. Na ja, im Falle... Das ist jetzt noch nicht E-Rot hast, ne? Mushi wird in den Ruhestand gehen. Ja, das nervt halt, ne? Aber... Was soll ich machen? Es ist halt Zeit, um... was zu ändern. Abmuten, Tag. Alles klar. Ich will da nicht rein. Das hab ich aber gesehen. Wie bist du denn, Alter? Tag. Äh, warum kann ich mit der nicht reden? Was ist das für eine überaus... Plushy ist das neue Maskottchen. Guten Tag. Hallo. Mitch... Wir haben aber die Küche heute gut schnell sauber gemacht, ne, Todd? Ey, wenn du meine Karkis findest, ne? Lass mich wissen. Ich kann die Küche nicht verlassen ohne sie. Alles klar. Lauf ruhig durch uns durch. Oh, Alter. Der Schiss war aber wirklich schlecht. Ich bin hier für 30 Minuten schon. Ach, verdammt. Wirst du mich verarschen? Das ist kein Toilettenpapier? Wenn da irgendwas ist, gib mir mal ein bisschen Toilettenpapier, ne? Ich bin im dritten Dings. Okay, alles klar. Brauche ich mal ein Toilettenpapier? Toilettenpapier, Toilettenpapier. Warte mal, hier sind doch Schlüssel. Kumpel, da, da sind Schlüssel. Äh. Okay, äh, Kumpel. Ja, gut, okay. Kein Toilettenpapier. Da komm ich auch nicht rein. Da komm ich auch nicht rein. Können wir jetzt mit der Frau hier reden, wenigstens? Ja. Hi, Todd. Bevor du hier ist heute Nacht, ne? Ähm, ich muss mal, äh, wegen Mushi reden, ne? Oder Muschi. Ja, im Falle, du hast es noch nicht gehört, ne? Wir haben die Entscheidung getroffen, der Muschi, ne? Und, äh, ne? In Ruhe standiert und wir machen halt eine neue Küche, ne? Die Zeiten ändern sich und die Kinder sind, ähm, finden halt, dass Mushi creepy ist. Go speak to Mushi for me. I left a retirement gift at the Janser Closet. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich das. Wir brauchen das Geschenk. Welches ich nicht nehmen kann, warum auch immer. Settings. Nein. Ja. Nein. Ich kann es nicht nehmen. Wir gucken mal, vielleicht können. Mushi? Hi. Ähm. Kumpel? 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 Warte mal, da stand doch Tork, ne? Stand da nicht gerade Tork? Hallo? Hallo? Ich bin Mushi. Herrscher der Antarktis. Tja. Mushi, wie soll ich es dir denn sagen? Du magst ja nicht mit mir reden, aber... Es gibt Dinge, die halt, ne? Und... Da steht doch gerade Tork. Ich bin doch nicht doof. Da. Schon wieder. Irgendwie... Irgendwie... Okay, er nimmt diesen Befehl halt nicht. Kann ich... Was steht denn da? Warum kann ich denn das Geschenk nicht nehmen? Das ist halt auch so eine Sache, ne? Schade eigentlich. Mushi? 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 Das ist scheiße, aber... Ne? Die Zeiten ändern sich. Äh... Warte hier... Kumpel, ich... Hab noch was für dich. Okay. Danke. Sehr freundlich. Was steht denn da? Aaron, the Ross have no colliders. Okay. Äh... Das ist verrückt. Mushi is gone. Das ist nicht er, einfach so zu gehen. Ich sollte mal gucken, ob wir ihn irgendwo finden. Tag. Ich hab mit dem geredet, ne? Hey, ähm... Äh... Ja, der mochte sein Geschenk auf jeden Fall, ne? So wie ich das sehe. That's about all. Really? You have to cut out now? Oh... Okay, wir müssen also... Kumpel... Warum gehen wir nicht einfach? Okay, Deininghorn ist... Doof. Ähm... Ähm... Wo ist denn die Power? Komisch, bei Muschie brennt noch Licht. Ey, Kumpel, bleib ganz ruhig. Ist hier vielleicht Power? Alter, okay, Junge. Okay, der hat echt ein Problem. Ach, da geht's noch lang. Storage Area. Ah, wunderbar. Die Energie ist wieder da. Und jetzt sollten wir zurück zu Veronika. Mitch ist also auch verschwunden. Veronika wird tot sein. Sag ich ja. Ähm... Oh Gott! Veronika, ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Ich glaube, ich weiß, wer davon ist. Ich muss hier raus... Okay. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, alles klar. Habe ich verstanden. Gut. Es ist Muschies Kitchen, ne? Sprint. Pause. Okay, okay, okay. Die Frage ist, wenn ich jetzt nochmal spiele, ob wir das dann nochmal machen müssen. Weil... Das war jedenfalls Muschies Kitchen. Vielleicht mache ich nochmal ein Video drüber. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt. Und probiert es doch mal selber aus. Und... Dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Spiel. Oder Video. Und... Ciao.